In diesem Photoshop Workshop möchte ich mit Ihnen mal ein bisschen Innendekorateur spielen. Wir werden lernen, wie man zum Beispiel hier eine Wand einziehen kann, in der Perspektive etwas anpassen kann. Dasselbe natürlich hier auf der rechten Seite. Bei dieser Wand kam sogar noch das Fluchtpunktwerkzeug zum Einsatz. Wir werden mit Ebenenmasken auswahlen und auch mit Licht- und Schattenspiel überblenden, Modi arbeiten. Natürlich könnte man diesen Raum auch mit Farbflächen usw. hinterlegen. Wichtig einfach, damit es nicht so plastisch ausschaut, muss man unbedingt diese Licht- und Schattenspiele von einem Schwarz-Weiss-Bild übernehmen. Aber wie gesagt, genau im Detail in dem kommenden Workshop filmen. Untertitelung des ZDF, 2020